Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten ist es heute wieder nochmal etwas kürzer geraten. Englische Woche, da gibt es relativ viel zu tun, ich will gar nicht rumheulen. Wir wollen gleich loslegen, 29. Spieltag. Der SC Freiburg empfängt am Freitagabend Leverkusen und da schauen wir einfach direkt rein. Vielen Dank fürs Reinschalten und viel Spaß. Zum Auftakt des 29. Spieltags hatte der SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen zu Gast. Die Leverkusener mit einer Standardsituation von der Mittellinie. Es kam die erste Chance zustande. Dritte Spielminute, Lukas Alario mit dem Kopfball. Heute wieder in der Startaufstellung. Dieser Kopfball aber etwas zu hoch angesetzt. Fährt die Kamera etwas zu langsam mit. Doch Leverkusen klar dominant. Bellarabi mit dem Ball zu Alario. Aranguiz hat das Auge für Kai Havertz. Der zieht ab aus 16 Metern. Und kann nach der enttäuschenden 1 zu 4 Pleite gegen Wolfsburg erstmal wieder Besänftigung bringen bei Bayer 04. Die Breisgauer brauchten, um ins Spiel zu finden. Wir sind schon in der Schlussphase des ersten Durchgangs. Das ist Kwon, schöner Querpass. Lukas Söhler aus kurzer Distanz hält noch den Fuß hin. Vorbei an Lukas Radetzky. Das 1 zu 1 nach 45 Minuten etwas glücklich für den SC Freiburg. Viel hatten sie bis zum Treffer nicht aufs Feld gebracht. Im zweiten Durchgang dann wiederum Leverkusen mit dem besseren Beginn. Bellarabi zieht in den Strafraum ein. Mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Die muss Julian Baumgartlinger verwandeln. Ist kein Torjäger. Hat getroffen gegen den VfL. Hier setzt er den Kopfball aus kürzester Distanz tatsächlich noch am Pfosten vorbei. Und der SC Freiburg. Jetzt waren sie wacher. Langer Ball über die rechte Seite. Kwon wieder sehr auffällig. Zieht den Ball einmal zurück. Auf dem Elfmeterpunkt stiehlt Nils Petersen sich davon. Und macht das Ding rein. 55. Minute. Die Partie war gedreht. Und Leverkusen hatte daran zu knabbern. Sehr, sehr lange. Wir springen in die 90. Minute. Kommen sie nochmal zurück. Weiser und Bellarabi über die rechte Seite. Vielleicht nochmal ein schneller Flankenlauf. Das dauert alles lange. Mitchell Weiser. Diese Flanke dann aber abgeglitscht ins Nichts hinein. Es kam nicht mehr von Bayer 04 Leverkusen. Freiburg zeigt Moral nach dem 3 zu 3 gegen Frankfurt. Gewinnen sie mal wieder hier mit 2 zu 1. Nicht unverdient gegen Leverkusen. Es war vom VfL Wolfsburg eine Demonstration gegen die so formstarken Leverkusener. 4 zu 1 Gewinn ist nicht verkehrt. Aus Glasner Sicht. Frankfurt kämpfte sich zum 3 zu 3 gegen Freiburg. Trotzdem wäre mehr drin gewesen für die Elf von Adi Hütter. Hier Frankfurt spielbestimmend. Wolfsburg sehr passiv. Das ist Kermada. Der hat sein erstes Bundesliga-Tor geschossen am vergangenen Spieltag. Eben gegen den SC Freiburg. Jetzt legt er gleich nach. Da der Knoten möglicherweise geplatzt. Der VfL fand im ersten Durchgang tatsächlich kaum statt. Wieder Frankfurt. Kurz vor dem Seitenwechsel. Nächster Abschluss. André Silva. Sehr gute Möglichkeit. Den kann man gut und gerne im Kasten mal unterbringen. Castils aber aufmerksam. Das 0 zu 1 absolut verdient hier am Samstagnachmittag in der Volkswagen Arena. Die Wölfe mussten sich langsam was einfallen lassen. Die Partie plätscherte etwas dahin. Frankfurt wieder mit dem nächsten Nadelstich. Schlager kriegt den Ball nicht richtig geklärt. Dominik Koa. Gacinovic wieder Koa. Kopfball Silva. Links vorbei. Doch sie machten immer wieder gefährliche Szenen sich zu eigen. Der VfL Wolfsburg jetzt vielleicht mal. Und wie! Eine Flanke von rechts. Die länger und länger wird runterfällt. Perfekt für Xaver Schlager. Der Österreicher mit dem schönen Treffer. Jetzt hatte der VfL wie aus dem Nichts Oberwasser. Joao Victor setzt noch einen drauf. Wolfsburg dreht in der Schlussphase diese Partie. Und Frankfurt weiß nicht wie das geschehen konnte. Es bleibt beim 2 zu 1. Sehr sehr schmeichelhaft für den VfL. Aber wieder mal eine schlechte Chancenverwertung bei Frankfurt kostet hier die Punkte. Sieben Punkte aus drei Spielen. Das ist die Bilanz von Bruno Labbadia beim FC Augsburg. Sind es unter Heiko Herrlich vier Punkte. Auch nicht verkehrt, wenn man da unten drin steckt. Gegen Paderborn war mehr drin. Aber mit dem 0 zu 0 musste man sich dann zufrieden geben. Hier war es in der 14. Spielminute die erste Annäherung der Fuggerstädter. Da muss Rune Jahrstein hin, der noch arg patzte gegen die Roten Bullen. Aber seine Mitmänner konnten das dann noch ausgleichen. Hier der nächste Fehler. Jahrstein zu Saren Rennbarsee. Es geht ganz schnell und zu schnell. So ein Fehler ist tödlich. Auch den muss sich Rune Jahrstein ankreiden. Bis dahin wenig von der Hertha nach vorne zu sehen. Fünf Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Flanke da Rieder. Kopfball Christoph Piontek. Sein drittes Saisontor. Aber das erste jetzt aus dem Spiel heraus. Vorher zwei Elfmeter. Eben auch gegen Leipzig am letzten Spieltag. 1 zu 1 zur Pause. Etwas glücklich für die Gastgeber. Weil der FC Augsburg hier vieles im Griff hatte. Der zweite Durchgang dann ähnlich stark von Augsburg geführt. Niederlächern. Kommt nicht durch. Aber ein Ex-Herrtaner hat dann die Möglichkeit. Eduard Löwen aus kurzer Distanz. Muss er den eigentlich machen. Zieht ihn haarscharf am Pfosten vorbei. Das wäre diese altbekannte klischeehafte Geschichte gewesen. In der Schlussphase die Hertha nun aber nochmal nach vorne. Darida. Piontek. Schönes Passspiel. Piontek. Doppelpack. Des polnischen Pistolieros. Vorbei an Andreas Lute. Und die Entscheidung in dieser Partie. Der FC Augsburg konnte sich davon nicht mehr erholen. Hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt. Aber Hertha hatte heute den etwas längeren Atem. Der erste FSV Mainz 05 schaffte es nicht in Überzahl. Drei Punkte aus Berlin mitzunehmen. Gegen Union war es am Ende ein eher enttäuschendes 1 zu 1. Hoffenheim konnte wieder gewinnen. Das erste Mal nach der Corona-Pause mit 3 zu 1 gegen Köln. Es war eine spektakuläre Partie. Hier in der Anfangsphase die Sinsheimer gleich mal gefährlich. In Person von Munas Dabur. Der an Müller scheitert. Der Keeper sah beim 1 zu 1 gegen Union Berlin nicht richtig glücklich aus. Noch in der Anfangsphase. Brümer Baku. Brümer bringt sich da selbst in Bedrängnis. Brühen lassen. Lux den Ball ab. Spiel drüber zu. Dabur. Das 1 zu 0. Sehr vermeidbar für die Mainzer hagelte es beim letzten Heimspiel gegen Leipzig. Eine saftige 0 zu 5 Packung. Diesmal gingen sie aber nicht so unter. Sie spielten ihr Zielstrebiger nach vorne. Boetius testet nach 22 Minuten Oliver Baumann die beste Szene noch im ersten Durchgang vom 1. FSV. Dann ging es in die Pause. 0 zu 1 ging absolut in Ordnung. Hoffenheim war die bessere Mannschaft. Musste jetzt zum Schluss aufpassen. Aber nicht die Mainzer zu stark werden zulassen. Über eine Stunde jetzt gespielt. Die TSG wieder auf dem Weg nach vorne. Samisuku Dabur. Und das muss der Treffer sein. 63. Spielminute. Munas Dabur bekommt hier den Ball. Doch Müller kratzt den herausragend noch aus dem Eck. Das war eine richtig gute Parade. Die Mainzer zeigten nicht viel im zweiten Durchgang. Defensive Stabilität. Wenige Akzente nach vorne. Doch da waren sie einmal und schlagen zu. Pierre Kondemalong. Sein viertes Saisontor in der 78. Spielminute gleichen die Gäste aus und machen einen Punkt hinter diese Partie. Hoffenheim konnte die drei Punkte, die verdient gewesen wären, nicht mitnehmen, weil sie es verpasst haben, vorzeitig die Entscheidung zu erzielen. Wer hätte gedacht vor zwei Wochen, dass man sagen würde, das Momentum ist auf der Seite des SV Werder Bremen. Schalke ist wirklich in miserablem Zustand heute gegen den SV Werder Bremen gefordert. Und David Wagner steht nicht nur mehr als ein bisschen in der Kritik. Jetzt aber waren sie angehalten, die Königsblauen ein bisschen mehr vom Spiel zu haben. Gegen Düsseldorf ging man teilweise mit 25% Ballbesitz unter. Der SV Werder Bremen hier auf defensive Stabilität konzentriert. Kleine Nadelstiche sollen es dann richten. Das 0 zu 0 gegen Gladbach sehr gut geführt. Jetzt konnten sie auch wieder treffen. Leonardo Bittencourt in der Startaufstellung wieder dabei. Gegen Gladbach fungierte er nur als Joker, strahlte aber auch da direkt wieder Torgefahr aus. Er traf gegen den SC Freiburg beim 1 zu 0 Sieg. Hier bringt er die Werderaner wieder in Führung der FC Schalke 04 in extremer Seenot. Zunächst wurde es auch nicht besser. Werder Bremen jetzt sehr selbstbewusst unterwegs. Rashica vielleicht zu selbstbewusst in dieser Situation. Wirklich gefährlich wird es hier nicht. Aber was ist nur mit Schalke los? Gegen Düsseldorf hat man sogar geführt, verliert trotzdem mit 2 zu 1. Hier liegen sie zurück im eigenen Stadion. Es fällt ihnen nichts ein. Rashica in der 59. Minute verpasst hier mit dem 0 zu 2 schon die Vorentscheidung. Und tatsächlich sollte von Schalke nichts mehr kommen. Die Partie trudelte aus. 2 Minuten Nachspielzeit nochmal die Möglichkeit für Bremen zu erhöhen. Klaassen kommt hier gegen Bourgelab, aber nicht durch. Die Szene wird dann bereinigt. Aber es kam keine Tormöglichkeit mehr zustande. Werder Bremen holt aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte. Das ist bitter notwendig, aber gibt auch Hoffnung definitiv im Kampf um Platz 16. Der Sieg von Fortuna Düsseldorf war unabdingbar gegen den FC Schalke 04. Denn es lauert noch ein hartes Programm auf die Fortunen in den folgenden Wochen. Unter anderem jetzt zu Gast beim FC Bayern. Der die Meisterschaft wohl verteidigen wird gegen Dortmund. Das 1 zu 0 war die Entscheidung. Und hier ist mal ein anderer im Fokus. Kimmich zwar mit dem sehr starken Eckball, aber den Kopfball setzt Lucas Hernandez. Der Franzose seit langem mal wieder in der Startaufstellung. Köpft das 1 zu 0 in der Frühphase. Boateng heute nur auf der Bank. Die Bayern gegen Düsseldorf aber klar überlegen. Klar spielbestimmt. Das ist keine Frage. Dann auch eisig kalt vom Tor. Aber Koretzka kann da viel zu frei agieren. Spielt dann den Querpass durch den 5-Meter-Raum. Sieht Carsten Mayer auch etwas unglücklich aus. Aber seine Verteidigung hat er auch nicht viel Druck ausüben können. Jetzt wurde es undenkbar schwer für Fortuna Düsseldorf. Man hat hier zwar einst ein spektakuläres 3 zu 3 geholt. Da lag man auch mit zwei Toren zurück. Aber das waren gefühlt noch andere Zeiten. Die Bayern zu stark aktuell. Koretzka, Gnabry, Lewandowski 3 zu 0. Und in der 45. Minute musste Düsseldorf jetzt aufpassen, dass es hier nicht völlig vor die Hunde geht. Das Torverhältnis spielt ja im Abstiegskampf immer eine Rolle. Aber sie kam noch einmal vor den Kasten. Dritte Minute der Nachspielzeit. 3 zu 1. Kenan Karamann. Er zielte das 2 zu 1 gegen den FC Schalke 04. Und zeigt hier, dass er vor Manuel Neuer keine Angst hat. 3 zu 1. Trotzdem noch ein sehr deutliches Resultat. Die Bayern ließen ja auch gegen Frankfurt bei einer 3 zu 0 Führung einiges an Leine. Sodass vielleicht Hoffnung aufkeimen konnte für Düsseldorf. Das 3 zu 2 sollte dann schleunigst her. Kevin Stöger zu Matthias Zimmermann. Halbflanke, Halbschuss. Die offensiven Bemühungen waren da. Aber nicht so leicht zu bewerkstelligen, weil der FC Bayern jetzt in der Defensive kompakter stand. Wir sind schon in der Schlussphase. Nochmal eine Möglichkeit. Steven Skripski in der 82. Minute. Kein Problem, aber für Neuer. Es blieb beim 3 zu 1. Die Bayern nehmen diese drei Punkte gerne mit. Düsseldorf schlug sich gut, aber war dann im Endeffekt einfach zu harmlos. Borussia Mönchengladbach empfängt am Sonntagnachmittag Union Berlin. Die Fohlen enttäuschen ein wenig in den letzten beiden Partien. 0 zu 0 gegen Bremen und man war nicht mal die bessere Mannschaft. Hier mussten sie auch aufpassen. 21. Minute Jan Sommer mit einem super Reflex. War auch der beste Mann bei den Gladbachern unter der Woche. Eben beim 0 zu 0 gegen den SV Werder Bremen. Super Parade. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Trimmel bringt ihn rein. Christian Gentner köfft ihn ins Netz. Nicht zu glauben, Borussia Mönchengladbach gleiten hier die Zügel aus der Hand. Haben aber Glück, nur kurze Zeit später einen Strafstoß zu bekommen. Jonas Hofmann wird von Subotic unsanft von den Beinen geholt. Eine vertretbare Entscheidung. Halbe Stunde gespielt. Markus Thüram nimmt sich der Sache an und platziert da. Kann man den nicht schießen. Setzt den direkt unter die Latte. Bisschen Glück ist dabei, aber so platziert muss man einen Strafstoß erstmal setzen. Die Gladbacher jetzt besser drauf. Leiner zu Markus Thüram. Ball von Gikiewicz gehalten. Vor die Füße von Hofmann, aber abgewehrt. Der schlägt zu Jonas Hofmann. Das wird ihm auch gut tun. Hatte ja eine sensationelle Fehlleistung erbracht. Kurz nach dem Wiederbeginn der Bundesliga. Aber Union Berlin hatte noch nicht genug. Marius Bülter, Marius Bülter. 2 zu 2. Viertes Tor im ersten Durchgang. Gleichmäßig verteilt und das ging auch so in Ordnung. Gladbach wurde zwar immer stärker. Jetzt waren sie einmal unachtsam und mussten diesen Ausgleichstreffer hinnehmen. Union Berlin sammelt ja auch fleißig Punkte gegen den Abstieg. Die sind auch extrem wichtig. Bei Borussia Mönchengladbach würde man auch gerne wieder mal drei Punkte mit nach Hause nehmen. Beziehungsweise zu Hause lassen. Union Berlin über links. Prömel mit der Flanke. Kopfball Sebastian Andersson in die Arme von Jan Sommer. Gladbach tat sich hier nach wie vor sehr schwer. Ja, keine zehn Minuten regulär mehr auf der Uhr. Kommen die Fohlen nochmal nach vorne. Laszlo Bernays. Thüram, schöner Pass in die Schnittstelle. Leiner mit der Flanke. Alassane Plea am zweiten Pfosten. Köpft das Ding ein. Das 3 zu 2 für Gladbach. Die gleichzeitig entscheidende Aktion. Union Berlin erholte sich nicht mehr. Ein Punkt wäre verdient gewesen, aber sie trafen einmal weniger. Der BVB musste sich 0 zu 1 gegen die Bayern geschlagen geben. Nun will man den zweiten Tabellenplatz manifestieren. Da ist ein Sieg gegen den SC Paderborn Pflicht. Die Paderborner quasi abgestiegen. Und es war hier ein deutlicher qualitativer Unterschied zu spüren von Beginn an. Brand zu Sancho. Die Dortmunder mussten auf Haaland verzichten. Dafür Hazard in der Spitze. Sancho rückt in die Startaufstellung. Hat sich gleich mal bezahlt gemacht. Es war sehr dominant von den Borussen. Axel Witzel mit der Hacke zu Brand. Und Dahoud wieder zu Brand. 0 zu 2 in der 24. Viele Chancen hatte. Dortmund nicht. Aber sie machten sich das in der Hälfte des SC Paderborn gemütlich. Und spielten ihre Szenen dann locker leicht. Zu Ende. Für den SC Paderborn ist es tatsächlich nochmal ein besseres Schaulaufen. Dazu sollte man dann aber auch den ein oder anderen Treffer erzielen. Hier ein Abschluss. Bürki hält den Ball fest. Nach 45 Minuten stand es 0 zu 2. Das wollen wir auch nicht unterschlagen. Der SC Paderborn die drei Spiele nach der Corona-Pause allesamt nicht verloren. Aber auch allesamt nicht gewonnen. Da kommt man dann nicht mit von der Stelle. Der BVB bemüht die endgültige Entscheidung zu erzielen. Dahoud, Julian Brand über die linke Seite. Das ist schön gespielt. Einmal in den Rückraum gelegt zu Sancho. Der Schuss hier per Außenriss aber etwas zu zentral. Der SC Paderborn fand sehr wenig statt. Michel luchst jetzt aber Akanji mal den Ball ab. Sven Michel jetzt macht das besser als noch unter der Woche gegen Andreas Lute. Da vergab er so eine Chance. Jetzt macht er den Ball rein zum 1 zu 2. Aber es war nur noch ein Trostflassler. Dortmund bringt das Ding über die Linie und festigt damit tatsächlich erstmal Tabellenplatz 2. Der 1. FC Köln verlor mit 3 zu 1 gegen Hoffenheim. Eine denkwürdige Partie. Jetzt war Leipzig zu Gast. Die Leipziger auch sehr unzufrieden nach dem 2 zu 2 gegen die Hertha. Hier wollten sie wieder Gutmachung betreiben. Christopher Nkunku in der 22. Minute. Es war eine zähe Partie bis dahin. Viel war nach vorne nicht zu sehen. Der 1. FC Köln machte das gut in der Defensive. Dann nach vorne aber auch mal gefordert etwas zustande zu bringen. Izebue hat den Ball, bleibt lange im Ballbesitz. Sieht dann Schkiri. Passt zu Cordoba. Super Parade von Gulaschi. Trotzdem, das muss in der 40. Spielminute eigentlich das 1 zu 0 sein. Doch der Ungar im Kasten der Leipziger reagiert gut. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Hector bringt ihn rein. Da ist Marc Uth. Und der hat auch ganz persönlich wieder etwas gerade zu rücken. 2 Elfmeter in Folge verschossen. Insbesondere jetzt der gegen Hoffenheim wog schwer, weil man eben keine Punkte mehr mitnehmen konnte. Hier stand es 0 zu 0 nach 45 Minuten. Das ging so in Ordnung. Die Partie nahm so langsam dann an Fahrt auf. Leipzig muss auch aufpassen, denn von hinten drücken. Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Das Polster ist aufgebraucht, das man hatte. Als Verfolger vom FC Bayern München kann man sich auch nicht mehr bezeichnen. Es geht tatsächlich jetzt darum, die Champions League Qualifikation klar zu machen. Hier der Abschluss von Timo Werner. Kurz nach Wiederbeginn aus der Drehung. Aber gefährlich ist auch was anderes. Über eine Stunde gespielt. Leipzig weiterhin besser. Der 1. FC Köln war etwas ideenlos nach vorne. Christopher an Kunku liegt zurück. Kevin Kempel scheitert an Timo Horn. Sehr schöne Aktion von Kunku. Der Schuss dann aber zu unplatziert. Köln hatte aber noch einen und zwar in der Schlussphase. Uth mit dem schönen Ball auf Jakobs. Der junge Mann alleine vor Gulaschi Jakobs. Aber er versäumt die Möglichkeit hier zum Lucky Punch in der letzten Minute. Und so bleibt es beim Torlosen. 0 zu 0. Ist für beide in Ordnung. Der 1. FC Köln wird etwas besser damit leben können. Für Leipzig ist es vielleicht sogar etwas zu wenig. Jo, das war es dann auch wieder mit dieser Prognose. Ich hoffe, wie immer es hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Adios. Macht's gut und Adios. Macht's gut und Adios. Macht's gut und Adios. Macht's gut und Adios.